Always in all I know, all I know, all I know Damit herzlich willkommen! Was hast du denn dann? Stab? Ja man, meine Nahtkampf war verloren. Stab. Man, lass meinen Stab beruhen. Hä? Das ist aber nicht die erste Mission, die ich kenne. Aua, der hat mir voll wehgetan! Tor ist oben. Flanx! Flanx! Ja, hier oben, oben, wo? Ach da oben. Huia! Doch nicht Huia! Repair the gate, man! Ich kenne die gate. Ammo! Ja, cool, weil... Ich hab nicht immer bis jetzt geschossen. Das ist was da liegt denn mit Ammo. Ah, so kräftet man es da. Wie denn? Äh, muss Tab gedrückt halten. Weil hier liegen ja Materialien und dann drückst du entweder Q oder E oder... So, haha. So, haha. Hier liegt nur die Stacheldraht. Hier hinten kannst du noch Stacheldraht legen. Ja, hier vorne kann man auch zwei mal noch. Also jetzt noch eh mal. Oh, boah, boah, ja. Alles weg. Wo kommen denn die fetten Horden? Hat er etwas ne... Hey, wir saufen da oben wieder. Juhu! So, na, in 15 Sekunden kommen schätzungsweise die Horden, oder nicht? Basisverteidigung, sowas gab's... Also... Hm, ja. Geil, Mann! Sie brechen durch bei B! Oh, zu bekalter Stacheldraht hin und so. Die Leute werden heute noch abgesehen. Komm, bitte jetzt die G escakt! Es ist das nur so sehr, sie sind und schtrocken! Lassen beim Abbrücken! Wenn ich abgesehen von der Abbrücken- Wieso hab ich eigentlich n... N... ...n... N... ...n... ...vergleich? Das ist die Meistert. Wo kamen die durch? So, die spawnen, kuppelt manchmal auch einfach so random. Wow, der durch das riesen Loch in der Wand krabbelt. Was macht der denn da? Oh hallo, wer bist du denn? Kack dir deinen Kopf ab! Das wäre jetzt endlich so aggressiv, ja. Der amme Zombie kriegt doch Angst. Ja, ja, gar kein Problem, ich schließe einfach mal alleine das A-Tor. Ohne den tollen Schuh. Oh fuck. Das letzte Brett musst du machen, ich hab nur zwei. Hey, wer bist du denn? Braucht neue Teufel. Mach mal ein bisschen Money. Auf nach B! Ja. Boah, das letzte Brett. Ja. 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 Da ist auch offen. Na ja. Und oben ist auch so n riesen Loch. einfach mal ein bisschen streuen hallo fatty flatsch oh Alter das war aber knapp bei dir gar nicht weil alles safe warum kriege ich hier keine Munition wenn ich hier Munition rauslapple weiß ich nicht weil ich sie dir vielleicht immer vor der Nase weg schnapp hässlicher wixer ja das war ein Anschlag auf dir wollte ich hier grad verbrennen Alter ich hab ne Bohrmaschine gefunden äh ok wow oh ok du willst jetzt so bam Junge verprügelt dir mit meiner Latte ja steck dir mein ich äh steck dir mein lange mit eisen in die fresse ich hab mir cooler vorgestellt Alter, man kann ja auch von der Nase fleißen, sich in der Vollwarnkopf heißen und dann abschütten. Nein, tue es nicht! Nicht den Alarm aktivieren? Yeah, das war die erste Mission, wir haben überlebt.